Damit herzlich willkommen zum nächsten Parts Let's Battleplay zu Mario Kart Wii. Habt ihr das verstanden? Mario Kart Wii? So, ja gut. Jetzt habe ich natürlich den Turbosch da verpasst. Das ist nicht so schön, aber egal. Wir sind jetzt in Bosers Festung und mal sehen, wie wir uns jetzt schlagen werden. Ihr könnt erkennen, es ist kein Team Grand Prix, weil wir immer noch zu dritt sind leider. Es kam keiner mehr dazu. Finde ich sehr schade, aber kann ich nicht ändern. Aber dafür müsst ihr mir natürlich auch in die Kommentare schreiben, warum das so war. Einige hatten mir noch zugesagt, obwohl sie dann jetzt doch nicht gekommen sind. Das ist ja irgendwie doof. Ich muss ja die Grille irgendwie wissen. Wer sonst irgendwie Schwachsinn. Das war so klar irgendwie. Ich dachte, ich komm mal vorbei. So, Wettlage wird er für Büsen jetzt. Wie heißt denn jetzt Luigi? Tatsächlich. Okay, und Koopa ist ja auch immer noch dabei, der Daisy fährt. Ich bin gespannt, wenn noch so alles irgendwann mal mitfahren wird. Ich meine jetzt irgendwann mit dem zukünftigen Termin. Weil, ihr könnt euch denken, einige haben vielleicht die Uhrzeit nicht richtig mitbekommen. Vielleicht hat er den Tag nicht richtig. Und einige haben was anderes nicht. Zum Beispiel haben meinen Code noch gar nicht eingegeben. Ich hatte noch einige Fragezeichen bei mir. Ist natürlich doof. Und dann, ja, müssen wir gucken, wie wir es in Zukunft machen. Deswegen habe ich nämlich eine Probefahrt gemacht und die war um 10 Uhr. Komm, und da waren wir zu sieb, glaube ich. Und die lädt ja richtig gut. Also, ich finde es ein bisschen verwirrend. Warum es jetzt nicht so ist? Ist der rote Panns jetzt in der Lava oder? Toll. Hui. Lava Kugel entgegen. Komm. Fahr da ruhig rein. Ich habe nichts dagegen. So, die schicke ich mal nach vorne. Vielleicht werde ich ja noch irgendwie Erster. Vielleicht schaffe ich das ja. So, Aufnahme läuft. Das finde ich super. Ich muss ja immer wieder rauf gucken. Ist ja sonst doof. Kann mal irgendwann sein, dass ihr mal eine Groupie erlebt. Mit drei oder vielleicht auch mit zwei oder einem Rennen. Oder ich vergesse die gesamte Aufnahme. So, ich habe mich erwischt. So, fast dann sollte ich gern. Ach ja, Daisy ist auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also, ich meine jetzt nicht wirklich Cooper, sondern Brett lang. Sondern Daisy im Allgemeinen. Und ja, mir fällt nichts mehr ein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und was soll ich denn so in Zukunft reden? Hm. Ich wollte eigentlich als Nutzung sagen, ein kleines bisschen Entspannung. Ich kenne so das Mario Kanzliben, dass ich immer so gehetzt bin. Ich wollte nämlich meistens, Alter, Spiele, lass mich in Ruhe. Dass ich meistens, ja, schnell sein muss. Weil ich aus diesen Infoparts meistens, danke sehr, nur ein Rennen mache. Damit ich alle Infosarte mit der Part wahrscheinlich rausfahren kann. Wie versteht's? Deswegen bin ich immer so schnell und gucke schnell auf meinen Zettel. Und gucke dann währenddessen nicht auf den Bildschirm. Und dann verpasst sich irgendwas. Und deswegen ist es hier ein bisschen spannender. So, jetzt haben wir uns ja aus dem zweiten Platz geschafft. In diesem Fall werden wir es hoffentlich auch schaffen. Das wäre zumindest zu wünschen übrig. Komm! Komm schon, komm schon! Ah! Komm schon! Nein! Oder habe ich es auch geschafft? Natürlich nicht! Verdammt! Aber am nächsten Rennen werde ich das Schaffenbrett lernen. Das ist doch ziemlich knapp. Ein Kopf-und-Kopf-Rennen. Wenn man sich weiterläuft und was wir auch noch für Strecken sehen werden in diesem Part. Würde ich sagen, bis gleich! Und jetzt geht's weiter auf der DK-Schikane. Eine sehr schöne Strecke. Und ich denke mal, diesmal können wir ruhig mal Erster werden. Das wäre doch mal angebracht, finde ich. So, dann geben wir mal unser Bestes. Ich bin gespannt, wie wir hier abschneiden werden. So, die schnappt sich gleich ihre Items. Die schnappt meins. Und was habe ich so? Eine gute Panzer! So, das ist natürlich sehr hellgehend. Mal sehen, wie die Kamera das aufnehmen wird. Kann auch mal sein, bis wir irgendwie mal runterfallen. Wenn ich mal die Abkürzung oder so falsch nehme. Ich bin Erster! Und dann falle ich natürlich runter. Und es wird schwarz. So, ich probiere es jetzt mal. Und hui! Springe hier rüber. Wenn man runterfällt, wird es kurz schwarz. Und dann jetzt mal wieder weiß, wenn wir hier auf der Strecke landen, und deswegen muss die Kamera da immer umdenken. Nicht kein Willi. Kein Willi hier allein. Ich will doch nur ein paar Stanz machen. So, aber auf den ersten Platz würde ich auch gerne bleiben. Lass mich in Ruhe. Uh, das war mir nett genommen, die Kurve. Das habe ich noch nie so geschafft. Das wird ein dichtes Kopf-an-Kopf-Brennen, muss ich sehen. Da Luigi auch sehr nah an uns dran ist. Da seht ihr es ja. So, und für dich lege ich jetzt einfach mal das alles hin. Und deshalb getroffen. Sehr schön. Taktik ist aufgegangen. So, machen wir mal weiter. Was lässt sich denn so noch in diesem Part so reden? Mach ich das jetzt? Okay, da kommen wir auch vorbei. So, ich bin mir sicher, wir können Brett Lacken diesmal auch schlagen. Das ist ein würdiger Gegner. Im letzten Part haben wir die ganze Zeit geschlagen. Also, wow. Hui. Sehr schön. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie es in diesem Part so sein wird. Und ich hoffe mal, dass es in Zukunft so sein wird, dass wir dann... Aua. Dass wir dann mehr Zuwachs haben hier. Ich werde mich ja natürlich eiskalt überholt, der Gute. Dich kriege ich noch. Jetzt in der letzten Runde. Das kriege ich hin. So. Wheelie. So. Was kriege ich denn jetzt für ein Item? Ein Bier und Panzer. So. Für dich da vorne. Ob es wirklich helfen wird? Ich weiß es nicht. Am Ende wird Brett Lacken erster. Nein. Das will ich nicht. Das musste sein, ne? Blooper. Komm. Du rettest uns jetzt. Oh. Der erste ist anscheinend... Ah. Sieht schlecht aus. Verdammt nochmal. Nicht gut jedenfalls. Oh. Da kommt was zurück. Hä? Ach so. Da hat der Gute wahrscheinlich mal die Abkürzung irgendwie verkackt. Kann das sein? Ah ja. Das ist gemein. Dann probiere dein Bestes. Ich glaube nicht, dass man so überholen wird. Das ist natürlich sau doof. Wenn man es nicht in die Schacht abzuspringen, der falsch landet. Und dann die Abkürzung falsch nimmt. Und wenn man dann doch noch ausrutscht irgendwo von Bananen oder so. Das war es jedenfalls. Für dieses Rennen. Okay. Wir sind jetzt auf dem gleichen Stand. Cooper werden wir wohl nicht mehr überholen. Außer wenn ich jetzt zweimal Erster werde. Was ich nicht glaube. Cooper vielleicht mein Letzter oder so. Glaube ich nicht. Man sieht bis zum nächsten Rennen. So wird. Und ich hoffe die Lautstärke ist ganz angemessen. Gut. Bis zum nächsten Rennen. Weiter geht's somit auf GBA Bosers Festung Nr. 3. So. Ja. Dritte Arena hier. Also dritte Rennstrecke. Drei Leute hier. Das muss doch super sein. Das ist vielleicht vielleicht ein Zeichen oder so. Dass wir dritter werden. Alle hier mit ihren drei roten Panzern. Ist ja klar. So. Aber der, der ganz hinten ist, hat glaube ich am meisten Glück. Oder das Brettlaken. Haha. Ich glaube es nicht. Cooper ist tatsächlich mein Letzter. Hast du verdient. So. Für dich so. Ich hätte natürlich gesehen, dass er hier net Dings hat und so. Hat hier alles gesehen. Einen roten Panzer, meine ich. So. Alter. Kann ich jetzt auch nicht mehr ausweichen. Im Drift kann man das schlecht ausweichen. Oh. Das sieht aber ganz nett aus. Das nutze ich mal hier. So. Diegen wir mal eine Weile rum hier. Ich bin schon Zweiter. Hätte jemand runtergefallen. Das glaube ich. Ja. Tatsächlich. Man glaubts kaum. Aber tatsächlich ist Cooper runtergefallen. So. Und schickt uns gleich einen Powerblock hinterher. So. Mal hier dann vorbei. Einen ganzen Backsparen. Irgendwie ist es gerade verdrehte Welt. Wenn es verdrehte Welt wäre, dann wäre ich glaube ich ganz vorne. Dreck lang ist jetzt ganz vorne und Cooper ganz hinten. Na toll. Das muss so sein. Ich habe es erahnt. So. Aber wäre das natürlich dem guten Cooper nicht an uns vorbei. Das ist ja wohl klar wie Kloßbude. Brühe. Oder Kloßsuppe. Egal. Ich weiß eh nicht was ich sagen soll. Das hat er bestimmt schon gemerkt. Alter ist er weit vorne. So. Backsparen los. Ach, jetzt ist der gute runtergefallen. Na ja. Ich glaube nicht, dass es in meinem guten Panzer lag. Vielleicht doch. Weiß ich nicht. So. Lass mich in Ruhe grüne Panzer. Danke. So. Vielleicht erwischt der gute Panzer jetzt sein Ziel. Wieso ist der Brett lag so weit vorne? Für dich. So. Mal sehen. Äh. Ja. Also man sieht eindeutig. Irgendwie sind alle ziemlich weit auseinander. Ich weiß nicht warum. Also Daisy fällt die ganze Zeit runter. Luigi. Äh. Weiß ich nicht. Ah. Kriegt gleich einen blauen Panzer in die Fresse. Daisy ist schon wieder. Was ist denn los? Alles voller grüner Panzer. Okay. Eingeschlagen. Ich habe es noch gehört. Ich sehe ihn da drüben hüpfen. Habt ihr ihn gesehen? Hat er den schwarzen Schatten gesehen? Er wünscht mir den sowieso nicht. Außer wir sind gut. Das war klar. Ich wollte ihn eigentlich gerade los schicken. Ah. Die doofen Bananen. Oh. Den kriege ich gerne mit. Und. Yay. Pilz. Noch ein Pilz. Ah. Komm vorbei. Den kriegen wir eh nicht mehr. Egal wie viele Pilze ich jetzt noch kriege. Okay. So. Der Rennen, Freunde. Diesen Luxus will ich mir jetzt geben. Also ich werde auf keinen Fall als letzter rauskommen. Das geht nicht. Also bis zum nächsten Rennen. Und damit auch im letzten Rennen. Regenbogenboulevard. Ja. Jetzt wird es nochmal richtig schön spannend. Zum Ende dieses Termins. Also ich finde das passt ganz gut. Ist eine super Strecke nochmal erster zu werden. Oder nochmal richtig zu fehlen. Kann beides sein. So. Und natürlich fallen die alle runter hier. Ich nicht. Die sind beide tatsächlich runtergefallen. Und ich habe meine drei Pilze. So. Ja. Also habe ich doch gesagt. Ich werde erster. So. So. Für eine Weile noch bleiben. Das ist ein schreckliches Haus. So. Für eine Weile noch bleiben. So. Das ist für euch. Fallen die beide tatsächlich nicht runter. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube die sind die in der Luft aufeinander getroffen. Kann das sein. War bestimmt Absicht. Die kriegt mich nie. Nein. Niemals. So. Hier habe ich nochmal für euch hingelegt. Der Funky gibt jetzt nochmal hier richtig Stoff. Und dann werden wir nochmal erster. Vielleicht werden wir da auch ein Kumpillas. Kann das sein. Oh. Der ging nochmal ganz intern mit mir vorbei. Ach der toll. Komm. Ja. Vielleicht hätte ich ja noch das Ding hier erwischt. Das wäre zu geil gewesen. Wirklich. Also Koopa ist erster. Und ich glaube damit wird er dann auch erster bleiben, wenn er erster ist. Ah. Mann. Mich schon wieder durchtriggern hier. Kann ich sein, dass es ein bisschen lauter geworden ist. Ja. So. Dezent. Ach. Abgeschüttelt. Gut. Ach ja. Das war schön mit euch hier. Muss ich sagen. Also hat es Spaß gemacht in gewisser Weise. Auch wenn man jetzt zu dritt ist. Natürlich mit mehr Leuten macht es mehr Spaß. Ist logisch. Kann man sich auch denken. Aber mit euch macht es auch Spaß. Ein Rival hat man. Ein Idol hat man auch. Den man sogar mal überholt hat. Und ja. Das war es dann auch. Ja. Sehr schön. Voll perfekt. Puh. Völlig. Und der gute Brettlack ist uns wieder her. Das ist super. So. Jetzt kriege ich schon hier einen Blooper. Ich finde natürlich gar nichts. Das Lackens Ganze vergessen. So. Aber jetzt laufen auch gleich die letzten Minuten. Und den erwische ich eh nicht mehr vorne. Das schaffe ich nicht. Ich will jetzt nur noch darum kümmern, dass ich nicht mal letzter werde. Das wäre sonst irgendwie doof. Oh Gott. Nicht mit einer Wolke. Nein. 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 Ist direkt. Wahrscheinlich kein Gewitz, wie ich sehe. Würde ich einfach mal sagen. Das ist ein klarer Sieg für uns. Auf dem zweiten Platz. Finde ich Sieg. Ist ein Sieg wert. Ein Sieg würdig. Besser gesagt. Ja. Passt besser. Ich habe diese beiden von Fries waren jetzt nicht so laut für euch. Also vom Sound her. Ich habe es schon in der ersten Part erwähnt. Ja. Das ist was ich meine. So. Ja. Machen wir mal weiter. Oder zu Ende. Der gute Cooper ist ja eh gleich im Ziel. Und Brettenlaken fährt nochmal irgendwo rein. Ich weiß nicht wo. Die Würdenpanzer nützen mir jetzt eh nichts mehr, wenn die jetzt soweit weg sind. So. Vielleicht kann Brettenlaken auch mal probieren. Mich zu überholen. Was ja wahrscheinlich nicht schaffen wird. Wenn ich jetzt nicht irgendwie runterfalle. Und der erste Platz ist auch schon im Ziel. Und der zweite Platz hofft mich gleich auf. Und damit darf ich schon mal sagen. Es hat mir Spaß gemacht für den ersten Termin und für den zweiten Part. Und dann hoffe ich mal, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Irgendwie. So sieht es dann aus. Sehr schön. 26. Ich bin letzter. Geil. Das ist ja super. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Glückwunsch. Ich bin dritter. Toll. Ja. Super. Bis dann.